Die tontiefste freischwingende Glocke der Welt hat Geburtstag. Neuneinhalb Minuten dauert ihre Geburt am 5. Mai 1923. Geweiht wird sie dann im November, ein Jahr darauf. Im Dezember erreicht sie den Glockenstuhl. Zum Geburtstag gibt es ein Geschenk. Clara kehrt als zwölfte Glocke zurück in den Dom. Der Vierungsturm ist ihre neue Heimat. Die zierliche kleine Schwester dient damals als Alarmglocke. In Zukunft wird sie im Folgeläut mitspielen. Anfang der 80er Jahre abgenommen, sind jetzt Joch und Klöppel angepasst. Das Kölner Domgeläut hatte bisher elf Glocken. Und diese Clara-Glocke, die wir jetzt haben aufhängen können und die das erste Mal ins Geläut des Kölner Domes aufgenommen wird, ist seit 400 Jahren in der Stadt Köln. 100 Jahre gehen nicht spurlos an der Petersglocke vorbei. 2011 bricht der Klöppel. Materialermüdung. Ein neuer Klöppel wird geschmiedet. Bei Roswag in Finsthal. Mit 600 Kilogramm wiegt er 200 weniger als sein Vorgänger. Ende November gelangt er wieder in die Glockenstube. Dann, vor seinem Geburtstag, wird die Glocke gereinigt. Wir reinigen immer mit Bedacht auf den Erhalt der Patina. Das heißt, dieses Bild, wie man es kennt vom dicken Peter, diese grün-schwarze Oberfläche, die ja als Edelpatina bezeichnet wird, beziehungsweise auch noch eine gewisse Schutzwirkung ausübt, die bleibt erhalten und in keinster Weise wird die beschädigt. Am Vorabend dann ein Vortrag über die Petersglocke und ihre Geschwister. Am Ehrentag präsentiert sich die Glocke in neuem Glanz. Dank des Europäischen Glockentages, zu diesem Anlass extra in Köln ausgerichtet, begleitet die Feier ein umfangreiches Programm. Zum Abschluss eine Glockensinfonie. Liebevoll, Decke-Pitter genannt, entfaltet der 24 Tonnen schwere Bronzekörper das tiefe C, während Klara mit hohem G antwortet. Der Lebenslauf der Glocke ist in einer Ausstellung im Kölner Domforum festgehalten. Die Ausstellung, die wir hier sehen, ist unsere Ausstellung, die wir anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Decke-Pitters, wie er in Köln liebevoll genannt wird, gemacht haben. Wir sind die Domorhütte zusammen in enger Kooperation mit dem Historischen Archiv des Erzbistums, haben diese Ausstellung hier konzipiert, um die Vorgeschichte, die Geschichte der Entstehung des Gusses zu dokumentieren, aber auch seine weiteren Schicksale in vier Kapiteln zu beschreiben. Sie ist aktuell noch bis Sonntag, den 7. Mai, und dann erneut in den Sommermonaten zwischen dem 24. Juni und dem 6. August im Foyer des Domforums zu sehen.